Peace, Freunde der gepflegten Investitionen. Heute natürlich wieder mit einem neuen Krypto-Video, bevor wir dann entspannt ins Wochenende gehen. Und zwar wird es um ein neues NFT-Projekt, also ein Anfangspiel-Token-Projekt gehen. Und zwar geht es hier um Pieces. Vielleicht hat es der ein oder andere schon gehört. CoinKorea hat jetzt davon auch schon berichtet und klingt meiner Meinung nach sehr spannend. Ist, denke ich, ein Video wert. Und ja, schaut es euch auf jeden Fall an. Für alle, die neu am Start sind, lasst sehr, sehr gerne ein Abo da. Unbedingt auch die Glocke aktivieren. Diskutiert gerne in den Kommentaren, falls ihr was beantworten könnt. Und checkt doch gerne meinen Zweitkanal ab, Monetendave Lifestyle. Da wird in Zukunft auch Content kommen. Ich würde sagen, wir fangen an mit dem Artikel über den NFT. Die Welt in Pieces. Ein neues NFT-Projekt startet durch. Bei dem gestern gestarteten NFT-Projekt Million Pieces kauft man die Welt und dies ist sogar nur der Anfang. Gestern um 17 Uhr deutscher Zeit startete ein neues und vielversprechendes NFT-Projekt namens Million Pieces, welches angelehnt an eine alte Erfolgsgeschichte aus den Anfängen des 21. Jahrhunderts. Doch mit einem neuen Konzept komplett überraschend. Auf den ersten Blick wird man beim Betrachten der Homepage in Kombination mit dem Namen des Projektes an die Millionen-Dollar-Homepage denken müssen. Ein digitales Kunstprojekt aus 2005 von einem damals noch jungen Studenten namens Alex Tew. Ich werde euch hier auch nochmal das Bild einblenden, damit ihr ungefähr nochmal eine Vorstellung davon bekommt. Tew kam auf die grandiose Idee, eine Homepage aufzubauen, welche aus 1000x1000 Pixeln besteht und jedes Pixel der Seite einzeln für 1 US-Dollar zu verkaufen. Der Käufer eines Pixels konnte diesen dann frei nach Belieben einfärben und zusätzlich mit einem Hyperlink hinterlegen. Was anfänglich wie ein Scherz wirkte, stellte sich in kürzester Zeit als genialer Einfall heraus und Tew gelang es in weniger als einem halben Jahr, die gesamte Anzahl an Pixeln zu verkaufen. Neben anfänglich hauptsächlich Privatpersonen, denen die Idee gefiel, ein paar Dollar zu investieren, um so genügend zusammenhängende Pixel zu erhalten, um zum Beispiel ein Herz malen zu können, waren es in kürzester Zeit vor allem Werbeträger, die diese Idee aufnahmen und sie als extrem kostengünstige Werbefläche verstanden. Bis dato ist die Page online und nun seit fast 15 Jahren unverändert, auch wenn heute einige der Hyperlinks auf inzwischen verlassene Pfade führen. Bei Million Pieces ist die Grundidee erstmal ähnlich. Zum initialen Verkauf steht der World in Pieces, insgesamt sind es 10.000 einzelne Segmente, 163 Länder und 20 Großstädte. Jedes dieser Landsegmente steht seit gestern 17 Uhr zum Verkauf und kann für 0,1 ETH erstanden werden. Der Käufer erhält hierfür ähnlich wie bei der Million Dollar Homepage das lebenslange Recht, seine Segmente nach eigenem Ermessen einzufärben und mit einem Hyperlink zu hinterlegen. Alles was sich die Entwickler darüber hinaus ausgedacht haben, betritt aber komplettes Neuland. Ein Segment besteht hier nicht nur aus 1 Pixel, sondern aus 80x80 Pixeln und bietet somit sofort sehr viel mehr Möglichkeiten, bespielt zu werden. Hinzu kommt, dass der Besitzer eines Segments das Aussehen seines Dots beliebig oft verändern kann. Sollte er gar mehrere aneinanderliegende Segmente besitzen, können diese Dots optisch miteinander verbunden werden, sodass ein deutlich größeres Bild erzeugt werden kann. Seit dem gestrigen Lunch kann man gut beobachten, dass dies auch das Ziel für viele der Käufer zu sein scheint, denn die bereits verkauften Segmente bilden größtenteils zusammenhängende Flächen. Ein weiteres Novum von Million Pieces ist natürlich, dass der Besitz eines Segmentes nicht nur optisch auf der Karte nachzuweisen ist, sondern darüber hinaus auch durch die Tatsache, dass jedes einzelne Segment in Form eines NFTs auf der Ethereum Blockchain gemeint wurde. Dieser ermöglicht es, den Besitzern ihr Segment nach Belieben weiter zu verkaufen, was aktuell bereits vorrangig auf OpenSea getan wird. Schaut man allerdings etwas tiefer in die ausführliche Projektdokumentation, dann ist der sofortige Weiterverkauf der jüngst entstandenen Segmente vielleicht gar nicht die beste Idee, denn das Konzept von Million Pieces geht noch einen gewaltigen Schritt weiter. Der One Million Pieces Airdrop. Sobald alle 10.000 Segmente verkauft sind, aber spätestens am 2. August dieses Jahres, werden alle Besitzer von Segmenten mit einem Airdrop des Piece Tokens belohnt. Hierbei geht es nicht um den initialen Käufer, sondern um den Besitzer der Wallet, in welcher sich das NFT-Moment des Airdrops befindet. Wer also zu früh verkauft, wird diesen Bonus nicht bekommen. Insgesamt ist der Piece Token ERC20 auf 1 Million limitiert und es wird niemals mehr davon geben. Sobald die Welt verkauft ist oder halt Anfang August, werden die Köpfe hinter dem Projekt ihr nächstes Kunstobjekt verraten, welches wie die Weltkarte wiederum aus 10.000 Segmenten bestehen wird. Nur verhält es sich diesmal so, dass diese 10k NFTs nicht mit Ethereum gekauft werden können, sondern ausschließlich mit Piece Token. Ein Piece entspricht hierbei einem NFT, sodass nach dem Kauf eines neuen NFTs der dazu verwendete Piece geburnt wird und der Supply von Piece somit Stück für Stück einschrumpft. Wer unter den ersten paar Dutzend Käufern war, wird pro Segment 200 Piece erhalten. Diese Zahl wird Stück für Stück abnehmen, aktuell wird man aber für den Kauf eines Weltsegments immer noch 87 Piece erhalten. Durch dieses raffinierte Konzept investiert man also beim Kauf eines Stückes der Welt nicht nur in dieses einzigartige NFT, sondern sogleich auch in Piece, was wie beschrieben aktuell noch für den Erwerb von 87 zukünftigen NFTs des Projektes genutzt werden kann. Geplant sind wie schon erwähnt weitere großflächige Kunstwerke aus tausenden von Segmenten, bis auch das letzte der eine Million Piece geburnt wurde. Währenddessen wird man Piece an den gängigen dezentralen Börsen wie zum Beispiel Uniswap handeln können. Hierdurch erhält man also eine weitere Möglichkeit, seine Investitionen zu amortisieren. Kommen wir aber zum Fazit. Ein konzeptionell wirklich gelungenes und optisch ansprechendes NFT-Projekt. Mit bereits knapp 1800 verkauften Segmenten, 24 Stunden nach Launch, kann man hier wohl definitiv von einem mehr als gelungenen Start sprechen. Denn die Werbewelt wird hiervon bislang noch gar keinen Wind bekommen haben. Auch wenn sich das Projekt eher als ein interaktives Kunstprojekt versteht, dessen Schöpfer ein jeder einzelner Segmentbesitzer ist, wird aller Voraussicht nach früher oder später die kommerzielle Nutzung nicht ausbleiben. Aus der Sicht eines jeden Investors ist dies eine wirklich positive Prognose. Wir bleiben auf jeden Fall weiter gespannt. Ja, meiner Meinung nach sehr, sehr cool. Ich meine, ihr habt ja die Bilder gesehen. Ich habe die euch mal eingeblendet. Ich kann auch hier am Schluss nochmal ein, zwei Stück einblenden, damit ihr das ungefähr einfach mal sehen könnt. Aber ja, ich finde die Idee mega cool, mega spannend. Werden wir das auf jeden Fall mal weiterhin anschauen. Und ja, für den einen oder anderen, der hier das Video schaut, bestimmt auch nochmal eine Alternative einfach. Und deswegen dachte ich, zeige ich euch das heute. Das war es aber schon mit dem Video. Ich entlasse euch ins Wochenende. Ich hoffe, ihr genießt es bei dem Bombenwetter. Und wir hören uns auf jeden Fall spätestens Montag wieder. Hier am Schluss wird nochmal natürlich Werbung in eigener Sache kommen mit dem Crypto-Discord-Server. Ich werde es hier auch nochmal kurz erwähnen. Für alle, die das noch nicht kennen, ihr könnt gerne beitreten. Das ist mit Twitch gekoppelt. Heißt, ihr müsst im Endeffekt nur über Twitch ein Abo abschließen. Könnt ihr sogar umsonst machen über Amazon Prime. Sonst kostet das circa 5 Euro. Und ja, dann habt ihr dort einfach nochmal sehr, sehr viele Gleichgesinnte, die auch auf dem Kryptofilm sind, wo ihr euch austauschen könnt, wo ihr Hilfe beanspruchen könnt. Und ja, wir einfach zusammen eine gute Zeit haben. In diesem Sinne, ich wünsche auch euch ein schönes Wochenende. Bis Montag. Macht's gut. Ciao, ciao. 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 Ciao.